Umgang mit der Wi-Fi-Bedingung. Verwenden Sie sich für die Wien und Zöder. Ja, also das Plastik-Sprubbelding. Ja, das ist doch Sprubbel. Ey, mein Alkoko. Meins. Meins. Ups. Meins. Von mir. Von mir. Meins. Schau mal mal. Kette. Auch meins. Was? Kette? Oh, sorry. Von mir, Mama. Nicht von dir. Sachen. Ja. Nachher mal. Ich habe das selbe Befee wie Sie. Nur ein bisschen Bedeutung. Hier, guck mal. Ich habe sogar... Papa. Der Pen. Das klebt gleich. Guck mal. Der Pen so kühlt. Baut ein bisschen. Hat ja was. Guck mal. Und das habe ich. Bisschen. Ja. Freut sich. Einen Keks. Melanie. Habt ihr wie? Ey, ich auch. Wir beide. Ja, ich habe ein Spiel dazu. Ohne mich hättest du das nicht. Ich dachte nur da hinten, weil ich nie musste holen damit. Zu allen. Wir hätten mal ein Grüppchen schwer alle machen. Eine Blume, die ist unecht. Ha, 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 ha. Aber die sieht auch unecht. Ja, die sieht auch unecht. Die sieht trotzdem vertrocknet aus. Ach, nee, mit Soße. Mit einem Baum. Unser Baum. Ein Tannenbaum. Oh, nee, dann war es so ein bisschen. Leute. Bief. Ach so. Bief. Bief. Zwei. Bief. Da sind meine Klamotten und da ist der Weihnachtsmann. Da. Wollte ich? Weihnachtsmann. Hallo. Das gehört aber auch der Nikolaus. Wo soll ich das jetzt nehmen? Hallo. Ey, das ist ja sogar eine Kette. Das ist mein. Bis nachher. Wer ließ mit mir? Bye.